Es nützt wohl nichts, ich muss wohl näher ran, wie es aussieht. Ach Gott, ja ist ja gut. Ich komm schon. Hat das sonst nichts zu tun? Da bist du. Ich bin schon wieder halb tot hier. Habe ich noch Energie? Nein, habe ich nicht. Hey, hat jemand den Schlüssel zum Lagerraum gesehen? O'Neill hat ihn! Hier mal lang gucken. Hier ist auf jeden Fall ein Häusken. Ja. Da will ich rein. Die Frage ist, wie komm ich da rein? Können wir über das Dach da vielleicht reinklettern? Mal gucken. Sieht fast so aus, oder? Das ist, glaube ich, fast tatsächlich so. Mal gucken. Und sonst wäre das hier ja hier nicht so aufgebaut. Hör so, man ist... Dann komm ich so nicht rauf. Oder ist hier noch irgendwo so ein... ...Turm aufgebaut. Mal... ...vom LKW aus vielleicht. Komm ich auf den rauf? Komm ich tatsächlich. Aber selbst wenn ich da drauf springen könnte, ich glaube, da ist nichts, oder? Mal gucken. Ui. Ne, ich glaube, von da aus kommen wir da nicht rein. Müssen wir mal sehen. Vielleicht brauchen wir doch erst so einen Passcode. Dann gehen wir nochmal hier rum. Okay. Erst mal ein bisschen hier abchecken, das Ganze, was hier so los ist. Da können wir vielleicht rein. Ja, können wir auch. Frage ist, ob der General stirbt, wenn wir ihn jetzt lange da hinten allein lassen. Okay, was ist das? Ich benötige eine Sicherung, ja? Okay. Oh, hier sind aber Schränke, ne? Aber nur irgendwelche Apparaturen dahinter. Das ist natürlich doof. Ich bräuchte etwas Medizin. Wieso gehst du wieder zu? Ne, da bräuchte ich definitiv eine Sicherung. Okay. Tap, 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 tap. Oh, oh. Darf ich da rein? Nö. Ich springe durch. Ach, das geht sogar. Passcode! Yay! Dann gehen wir ja nach draußen. Sehr gut. Dann wollen wir doch mal in die Hütte reingucken. Da ist doch... Ach, da ist bestimmt die Sicherung, die ich brauche, oder? Ich würde mal so mit Spiellogik... Würde ich da mal rangehen und ich denke, das ist so. So, komm her. Aha. Hört sich ja schon mal gut an. Aha, eine Sicherung. Ja. Mann, ich bin doch gar nicht fertig mit dem Raum hier. Wo bist du jetzt schon wieder? Da. Okay. Ach, scheiße. Habe ich toll gemacht. Oh Gott. Ja, nun lauf doch nicht weg, ich bin noch halb tot. Ich muss den Mann beschützen mit 2% Lebensenergie, ey. Und bin halb tot und... Setze die Sicherung ein und starte diesen alten Schrotthausch. Ja, ja. Ja, du mich auch. Wo war denn die Sicherung versteckt hier hinten, ne? Also die Sicherung nicht, der Kasten. So, da. Es hat wieder einer zugemacht. Ob Herbert seine Spielchen hier... Er seine Hand auch hier im Spiel hat. Der Herbert von Resident Evil. Setzen sie Seilbahn in Gang. Ich bin doch halb tot. Oh Gott. Aha. Kriege ich da runter? Scheint nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Ich gehe mal rückwärts hier hoch. Jetzt hänge ich gerade fest. Okay. Also anscheinend ist hier keiner mehr. Das hoffe ich jetzt auch mal ganz stark. Also wie hier einer ist und auf mich ballert, bin ich weg. Oh Gott. Ich möchte doch nur ein bisschen Lebensenergie. Ich gehe da mal ganz schnell rein. Ich will keinen Funkspruch los senden. Ich will... Medizin. Scheiße. Hallo? Ja. Treffen sie... Okay, ja. Ähm. Hier. Oh Gott, es kommen bestimmt Gegner. Noch nicht. Hier, Herr Junge. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, du mich auch. Was ist denn das für ein Geschenk? Pass auf, hinter dir! Ja, danke! Jetzt habe ich kommen sehen. Ja, okay. Okay, okay. Alles gut. Mal gucken, wo der letzte Checkpoint war. Bestimmt ganz am Anfang des Levels. Ups, Moment. Mein Headset verrutscht gerade. So ist besser. Ja, okay. Die Mission geht aber einigermaßen. Nur dieses ewige Beschützen, das... Ach Gott, das riecht mich so ein bisschen auf. Ja, ist klar. Und nenn mich nicht Sohn. Würde mich schämen, wenn ich so einen Vater hätte. Ah. Ja, 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 ja. Ja, brief du mal, Jones. Ach, scheiße. Geil, ne? Oh Gott, habe ich das hier doch gut gemacht. Oh Gott, dieser Versuch war der beste überhaupt. Oh, nee, 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 nee. Ich sollte einfach nicht abends aufnehmen. Das ist immer wieder nicht so ratsam, wie man hier wieder feststellen kann. Aber ich werde es jetzt durchziehen. Ist mir scheißegal. Immerhin sind wir schon ein Level weitergekommen. Das ist ja auch was. So, ja, komm. Komm, mein Sohn. Lass uns die sichern. Weh, 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 weh. So, pass auf. Ich hätte ganz gerne eigentlich ein richtiges Sniper, muss ich sagen. Und nicht diese komische... Nee. Befreie uns von diesen Komikern. Ja. Ich briefed, Jones. Ja, ja, ja. So. Was zum... So, pass auf. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ja, bleib locker. Weiter noch. Äh, ja. Super. Oh, ist kann ich die richtige Waffe nicht zuordnen da. Aber wir kriegen das schon noch hin. Keine Angst. Das... Ja, bestimmt. Oh, Mann. Ich dauer und ich lache. Das fand ich als zu husten. So ein Müll hier. Das, 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 ist klar. So. Komm, mein Sohn. Lass uns die Sicherung bringen. Pass auf. Ich versuch's jetzt mal hiermit. Werfen wir ein paar Granaten. Aber hier zu viele von. Befreie uns von diesen Komikern. Ich briefed, Jones. Ja, briefed, Jones. So. Vielleicht hat's ja was gebracht. Ich meine, ist einer weg. Ja, ja. Ach, kack, hier schon wieder. Wieso bist du denn nicht gestorben? Ich sag nicht, die Tanne war im Weg, ey. Wenn das Schrotflinte, sollte man eigentlich durch die Tanne durchschießen können. Aber okay, Spiellogik, ne? Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, ja. Oh, Mann. Das hab ich doch eben noch kurz gut hingekriegt. Komm, mein Sohn. Lass uns die Sicherung suchen. Ich würd dich am liebsten selbst abschießen. Kann ich das eigentlich? Weiß es nicht. Ich würd's auch gar nicht ausprobieren. Ähm. Ich versteck mich mal. Befreie uns von diesen Komikern. Ja, ja. Ich briefed, Jones. Ja. Ja. Was soll der Scheiß? Ey. Ich bin schon hier tot. Sag mal. Es ist nicht... Es ist nicht wahr, oder? Es ist... Es ist nicht wahr. Jetzt häng ich ja wieder in so einer Billigstelle rum. Ah. Hab ich da alles schon gemacht? Hab ich da alles schon erledigt? Warum? 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 So, pass auf. Ich versuchte ihn jetzt noch einmal mit dieser komischen, ähm... Armbruster zu killen. Ich hab den doch eben zweimal getroffen. Und der schreit ja nicht mal auf. Das ist das Schlimme. Befreie uns von diesen Komikern. Ja. Ich briefed, Jones. Das gibt's doch nicht. Na, endlich! Aber noch Zeit. Hat doch keiner Alarm geschrien. Gehen wir mal mit Ruhe und Bedacht an die Sache ran. Sollte da nicht einer stehen? Rein Theo? Rein Theo, ja, ne? Da ist er. Ich hab dich gesehen. Kommt wieder zurück, da ist er. Okay. Sollte erst mal genügen. Den dritten machen wir jetzt so kalt, oder? Hier, wo er ist. Hey, hat jemand den Flüffel zum Lager rausgelegt? Da ist er. Kommst du da rum? Ja. So. Immerhin. Die Leiche, da könnten wir nochmal eben abklappern da hinten. Aber nicht, dass hier noch einer ist. Mal gucken. Vielleicht liegt hier aber noch was rum. Ich könnte immer noch Medizin gebrauchen. Zum x-ten Mal. Kann man hier rein? Nee, natürlich nicht. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. Oh, 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 Moment. Was ist das? Gestrüpp. Yay, Gestrüpp. Yes. So, Haupteingang ist keine gute Idee. Ich denke, ich gehe hier rechts wieder lang. So. Essen. So, versuchen wir es wieder, ne? Sieht ja eigentlich ganz gut aus von der Energie her. Ich gehe hier. Ja, das mache ich von hier lieber Karl. Das läuft besser. Das sieht schon um einiges besser aus als eben. Kann ich die jetzt vielleicht schon hier spawnen lassen, wenn ich hier runtergehe? Und dann wieder zurück? Danke. Leider nicht. Na gut. Dann muss ich jetzt als erstes wohl den Typen her. Den Pass abnehmen. Wer ich hier durchkomme? Hallo? Vorhin ging das. Danke. Hab den Pass. Die Karte ist auch so sinnvoll. Okay. Ähm. Bisschen Munition habe ich jetzt ja noch mit Maschinengewehr. Um den Körner gleich zu beschützen. Der kommt jetzt hier gleich auf einmal hinterher gerannt wieder. Und stellt sich natürlich wieder genau hier an die Tür, wo er mitten im Schussfeld steht. Es ist so sinnvoll. Ach ja. Alles klar. Jones war von unten. Lass uns hier verschwinden. Hast du das gehört? Gib mir den Go. Das muss ich... Ja, ich... Okay, das geht. Das ist alles noch im grünen Bereich. Ahem.